Ich glaube, mit diesem Projekt zeigen wir Berlin, zeigen wir in Deutschland, dass wir hier eine Zukunft haben und eine wunderbare Zukunft. Denn dort, wo die Tora entsteht, entsteht auch das Judentum und das werden wir hier weiter ausbauen und kräftigen. Wir freuen uns sehr, wenn möglichst viele Berlinerinnen und Berliner sich an dieser wunderbaren Zeremonie beteiligen. Denn wir sind alle zusammen eins, wir gehören alle zu Berlin und wir sind alle Berlin. Vielen Dank.